Na, ich muss aber... äh, wollen wir da hankommen irgendwie? Au, ab! So, Goldmann. Du bist der Goldmann? Okay. Kollegah! Kollegah! Ist er denn hier noch? Was ist hier noch? Oh, hier, hier, oh! Vielleicht in die Saal mit deinem Fliesenkopf. Hier geht's noch hoch? Hau ab, Junge! Nein! Geht's nicht hoch? Nee. Na, dann hauen wir ab, Junge, wa? Ja. Hat die Kohle noch hier und so, also? Wollte ich hinklötchen. Wie neat, ey, ich hab bald... also mein Hack ist bald... gut. Und dann müssen wir am besten irgendwie, ähm, so eine Treppe da bauen. In der riesen Halle da, wo wir vorhin waren, wo's vielleicht pisst hat, wo wir nach oben geguckt haben, ja? Mhm. Das müssen wir irgendwie nach oben bauen, falls wir nicht mehr zurückfinden oder so. Das ist ein extra Weg da runter. Bist du? Ach, schlaberstuhl! Wo bist du? Wo bist du? Na hier, hier hinten, oder hier? Warte, geht's noch weiter. Wenn wir hier noch noch kurz gucken. Kann ich mir gucken, ja? Dann sind eh die Fackeln alle. Weil hier hinten ist Licht. Feuer! Warum? Aber... Achso, ja, stimmt. Hm. Ja, ja. So. Und hier hinten auch. Boah, was geht denn? Oh, Fall! Äh, Wasserfall! Äh, Feuerfall! Feuerfall! Oh, ist... Ich bin fast reingerannt. Weil meine Tasse hat geklemmt und ich konnte sie nicht betätchen. Guck mal hier. Was ist da? Oh, danken wir das noch? Oh, das war so. Warte mal hier. Ach, hier bist du ja. Warte. Wollen wir auch verstecken spielen ohne Fackeln. Haha. Ich seh alles. Ist ja voll sinnlos. Das ist Infrarotrenat. Schimmst du, Schwein? Infrarotweitscreen. Was? Haha. Junge, Junge. So. So. Ich kenne das dann. Na, das ist dann ne Nacht oben hoch. Du Schwein. Oh, ich hab ja... Geil, geil. Ich hab Lapis Lazuli gefunden. Oh, ja. 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 Was ist denn das eigentlich? Äh. Oh, bullshit. Oh, bullshit. Was bringt der? Farbe. Nur Farbe? Ich denke mal, ja. Ich denke mal. Das ist aber eigentlich nicht intelligent, finde ich. Hm. Nicht schlecht. Ich richtig. Wo bist denn du? Du Kräbel, du bist so gepflichtet. Ich sehe dich. Echt? Ach, da hinten? Wieso bist du immer hinter mir, Mann? Ach, sag mal. Was war denn das jetzt? Ich komm mal auf die Sicht. Oh, guck mal. Hier ist noch mehr Lapis. Guck mal. Piss kack. Uh, bisschen. Ne, hier ist noch mehr Piss kack. Lapis kack. Hahaha. Das meinst du halt, Junge? Gold. Hahaha. Ach, Gold ist so schwachsinnig. Hier ist noch mehr. Ready vorbei, Junge. Guck mal, Junge. Hier, da, gucke. Au, hau, ab. Hahaha. Ich hab mich auch nicht gemacht. Dieses Mistschwein, Junge. Geht's hier hoch irgendwie? Geht's bestimmt hoch. Hier, klar, ich geh hoch. Guck mal. Hier ist noch Kohle und ich hab nur noch drei Fackeln. Pidi, dann ist aus. Ja, ich hab noch Holz und Kohle. Oh, das ist toll. Hä, wie? Das sieht ja voll komisch aus hier. Was ist denn los? Naja, vielleicht geht's aber irgendwo raus. Als der denn ich halt vom Dings aus wagen. Vom Kredel. Geil. Vom Kredel. Immer ne Fackel. Ey, ne? Warte mal, ey, ne? Warte mal. Ja. Danke. Ich hab noch nicht so doof. Musst du mal lachen. Du musst doch irgendwas sehen, Mann. Dein geht's noch hoch. Bauer hier noch mal ein? Mew Card mein, mein... Schwengel. Bidi. Schwengel? Mhm. Das ist ein du... Ey! What the fuck, ey? Was denn? Ey, gib mal, gib mal. Ne, ich hab selber. Ich brauch den Scheiß nicht. Ich baue mir ein neues Zeug. Geil, geil. Fetter Lulatsch, Junge. Ach, ne. Ah, ne, eins fehlt. Bist du runtergefallen? Oben ist nichts. Na, aber vielleicht... Okay. Also können wir da abhauen, ne? Ja. Okay. War ja doch nicht so toll. Aber kann man vielleicht was daraus basteln? So an dem, an dem Abhang dann. Neben der Mine. Wenn's dann so runtergeht, ja. Kann man vielleicht auch was cooles basteln. Irgendwas drüber basteln. Wie so ne Kuppel? Wie so ne Kuppel, wo man dann so, 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 so rein. Und so, verstehst du? Ich, ich. Quatsch, nur Mist. Hören wir nicht zu. Okay. War schön. Den Anfang an. Was? Bananenthal? Ja. Klopp den Shit ab, ja, ja. Boah, wie viel ist denn das, Alter? Mein Hacker ist gleich brau... Du machst schon, ich guck dazu. Ja, und so. Und dreist ja mein Brötchen. Meine Stuhle. Hier hinten geht's auch noch weiter, guck mal. Bei der Labe oder nicht? Oh, haben wir doch schon. Okay. Also war Cola. Köhler. Köhler? Köhler. Köhler. Das ist dumm, ey. Und was ist hier oben? Geht's auch noch weiter? Oder? Ja. 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 Ja, schlicht. Wo, da oben ist er? Was ist da hinten? Boah, da. Hm? Das wirkt so blau. Hm? Was ist denn das da? Ich hab ein bisschen Angst. Wo, guck mal. Wo, guck mal. Ich glaub, ich hab Hero Brain gesehen. Ey, du Arsch. Oh, nein. Hier ist voll neblig hinten. Was ist denn das? Oh, schuld. Hab ich auch grad gesehen. Hey, ich hab Angst. Ich kann trotzdem drauf. Was ist denn das? Gibt's nichts? Warte mal auf mich. Nö. Der hat doch alleine. Hier. Diamant. Oh, voll viel, alter. Hallo, nehmt die Pfoten davon. Ich steh's auch nicht ein. Ich bin gleich tot, Mann. Hast du fressen? Ne, ich hab fressen. Na klar. Woah. Warte, 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 warte. Oh, da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet. Einen hat's noch, alter. Oh. Leck mich am Schlubber. Das wär's geworden. Noch ein Lapis, cool. Und denk mal das Stück Eisen mitten in der Lava. Hahaha. Es wäre sinnlos, wenn ich das holen würde. Hahaha. So. Also hier. Hier ist nicht viel Eisen noch. Und warte. Die Klappe. Hat den Mund. Okay. Tom, meine Hacke ist gleich broken. Find ich nicht so gut eigentlich. Findest du das gut? Hm? Findest du das gut? Hm? Mhm. Ah, Fieseling. Fieseling. Warte mal. Oh, das ist mein Hack am Arsch. Echt eklig. Hast du noch Eisen mit oder so'n Scheiß? Steine. Oh. Hm. Na, oder so ist egal. Ach, mach ich mal selber. Warte. Wo ist meine Kiste? Ich hab die... Ich hab die Kiste vergessen. Fuck, ich hab kein Holz mehr mit. Scheiße. Nicht aber. So. Oh, gut. Ich schmuck aus wie viel Platzschneid frei. Warte mal.